Und von Sturmtang nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllete Führer spricht, ich dürstet, da stund ein Gefäße voll Essigs, sie fülleten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isoppen und hielten es ihm da zum Munde. Wann nun Jesus, den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbrannt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!